Das zweite, auf dem Body. Was verantwortet ihr vorhin? Mit einem Rolli-Kick. Sagen wir es auch wieder. Eins, zwei. Aufnahme. Eintetern. Aus diesem Eintetern, der rauskommt, auf der Seite hier ist, selber kicken, wieder stehen. Wenn der mit dem vorderen Bein kicken will, steht der natürlich näher dran als hier. Normalerweise eurer Rechtsbein näher. Aber der müsste nicht eigentlich langkicken. Der kann den Kick auch hoch machen. Da ist unser Fliehwinkel dann ein bisschen länger. Der Kick ist gleicher, der Kick zum Kopf und hat gerade eine Handbeantwortung. 1, 2, 2, 3, Block. Kick für den minderen Bein. Das war mein Fehler. Genau den gleichen Kick, den ihr bekommen habt, auch zurück. Nochmal. 1, 2, No-Kick. No-Kick setzen. 1, 2, No-Kick. 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 No-Kick setzen. 1, 2, High-Kick. Auch zum Kopf anboten, ob er mit der Handwürmer schneller da ist. Machen wir das gut an. Handwürmer aus dem No-Kick. Einig. Gut. Gut. Wir merken es nicht, dass ihr seid. Was kann trotzdem, wenn bei uns passiert ist, die Bewegung. Und dann. 2, 3, Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Das zweite auf dem Body. Der Body geht kaum noch mit. Was verantwortet das vorhin? Mit einem Body geht. So machen wir es auch wieder. 1, 2. Aufnahme. Gleich Heintetern. Und aus diesem Heintetern herauskommen. An der Seite hier ist. Selber kicken. Widerstehen. Wenn der mit dem vorderen Bein kickt, steht der natürlich mehr, weil der ist hier normalerweise euer Rechtsbein. Ja. Aber der müsste jetzt auch nicht langkicken. Das könnte ich ja auch gucken haben. Das ist über die Linke dann ein bisschen eng. Zum Kick. Zum Kick. Zum Gleiche. Zum Kick zum Kopf. Und dann gerade eine Handbeantwortung. Zum Kick. Zum Kick. Zum Kick. Zum Kick. Zum Kick. zum Beispiel. Vielen Dank.